so Leute da werden wir wieder gehen direkt schlafen und mir ist was eingefallen ich hab den Dings auch nicht angemacht ne den X die äh Yu-Gi-Oh-Meta, den Fabricator genau das ist nämlich schon fast voll geht er gar nicht so den doch rein dann machen wir dich an solange wir weg sind solange wir weg sind boah da passiert immer noch nichts müsste aber mal so langsam das macht mir jetzt gerade Sorgen ich gehe jetzt wirklich nochmal gucken ich glaube ich sollte die Schuhe mitnehmen dann kann man ein bisschen schneller reisen ach Gott die Schuhe sind leer oder so gut wie leer produzieren wir davon auch mal wieder ein paar komm reicht Solarhelm auf Quantum Schuhe an das kann ich erstmal mitnehmen so dann gehen wir mal los und gucken mal was mit der Quaby los ist ähm welche Richtung müssen wir denn ich kann mal kurz magie delete Quaby-Obsidern brauch ich auch nicht als dieser spalten ich weiß nicht welche Quaby ist dieses helle also diese Richtung Hüpfen hier und dort und überall oh Gott ich hab noch ganz knapp drüber gesprungen müsste ja irgendwo hier in diese Richtung sein glaube ich hier gucken wir jetzt nochmal nach ob alles in Ordnung damit ist weil eigentlich müsste mal so langsam da was kommen das macht mir gerade Sorgen jetzt habe ich keine Pipes dabei ne Scheiße es könnte nämlich sein dass sie das warm abbauen ist ähm aber nicht pump weil wir da Pipes verbinden müssen ich weiß jetzt nämlich nicht auswendig los spring richtig da ist die Quaby ist doch nicht mehr so weit weg ist schon wieder so ein kack Wald wie war das mit die Dinger sind überall hä ok war noch nicht richtig generiert bis jetzt what the heck ok das ist geil renn doch hallo pfiou so so diamond will new ne ich hätte springen sollen nicht jetzt hat genau gepasst ich bin so gut im einschätzen von den Entfernungen komm geh ins Wasser na mach da kann sie mit der Pack ein Leuchtturm sehr schön bringt uns aber nix oder irgendwie nicht immer nicht den mir ist bißchen Kies runter gefallen oder sonst viel Spaß da drin ey Zombie zombie you know what bam bitch bam bitch you know what bam bitch oh yeah bam bitch fress mein weißen samen hier ist das obsidian ding obsidian ding was er markiert hatte ja hallo aua da ist das piratenschiff was er neben unserer query ist ich glaube sogar durch dieses Piratenschiff ist unsere Quelle sogar noch ein Tick sicherer, denn ich denke mal die Aufmerksamkeit wird eher darauf fliegen, auf das Obsidanschiff, anstatt hier drauf. Baut sie jetzt schon ab? Ne, sie baut sich jetzt auf. Fickvieh, hier kommst du nicht rein. Du bist zwei oder drei dick, du kommst hier nicht rein. Sie baut sich jetzt auf, das dauert also noch ein bisschen. Scheiße, sind da viele Creeper. Ich fühle nicht, dass mir hier die Scheiße hochfliegt. Na du. Wie geht's dir? Alles okay? Oh ne, Minium, Schraub. Äh, Schäbe. Schraub. Schraub, schraub, schraub. So. Jetzt habe ich natürlich keine Fackeln bei. Habe ich Holz? Ne, aber oben ist Holz. Dann mache ich mir nämlich jetzt gleich mal kurz Fackeln. So. Ja, jetzt setze ich das hier auch nochmal schnell. Hopp, hopp, hopp. So. Warte mal mit. Äh. Moment. So. Ist der Ausstieg leichter. So, Holz gibt es hier. Den gebe ich mal so ein bisschen. Da nehme ich mal ein bisschen was mit. Den mal, das schadet hier keinem. Das Problem ist, sie ist gerade erst beim Aufbau. Es dauert also doch noch ein bisschen. Ich würde gerne gucken, was da passiert. Ob es das funktioniert. Bzw. ob es funktioniert, dafür müsste ich ja eh zurück in die Welt. Das wird mir gerade ein. Haha, bin ich lustig. Ob es funktioniert, muss ich ja zurück in die Stadt. Also gehe ich jetzt schon zurück in die Stadt, oder was mache ich jetzt noch? Ouch. Na, was haben wir hier? Ein Dungeon. Was ist denn das? Das ist nicht zum ersten Mal. Ah, das ist ein Bunker. Ach, es hat doch geklappt, die Dinger zu installieren. Sehr schön. Das ist ein Bunker. War leider ohne Idioms. Mal ein bisschen Glowstorm können wir uns ergattern. Das hat also anscheinend doch geklappt, die Mods zu installieren. Boah. Ich habe so einen Kratzen im Hals. Das ist echt eklat. Ähm, wo war ich das andere? Ah, da. So, damit hätten wir Level 30. So. Nummer 1. Nummer 2. Creeper. So. Da hat er noch Mopspawner. Zack. So. Okay. What the fuck Moment Wow Das wollte ich eigentlich vermeiden Da genau reinzuspringen So Gut, weiterbauen Leonard meinte ja Es könnte auch hier droppen Also die Portal Gun Also in solchen normalen Dungeons Ich guck das jetzt einfach mal nach Okay Ich hab mir unbedingt mal einen Feuerstab oder ähnliches machen soll Wow Ich glaub das hat die Spinne erwischt Ich hab doch Fackeln dabei, hä? Da will ich nicht runterfallen Da will ich nicht runterfallen Na kommt hier Na ja, Eisen Das ist nichts wirklich Interessantes Der läuft da mit einem Block rum Sehr schön Sehr schön Naja So ist das gar nicht mal so schwer Oh Wo kommst du denn jetzt her? Ich hab da vergessen Ich hab da vergessen Da spinnen ja durch Zwei Dick sind aber nur eins hoch Da war ich mir ein bisschen zu siegesicher Ich sag mal so Es ist einfach Solange man die Monsterphysiken im Kopf behält Was der Heck Was packt hier wieder solange bis er mich gleich von hinten töten kann oder was? Alter Okay die Giftspinnen können da auch so durch Hier sind nur eins breit Gut zu wissen Alter Alter Da Da Giftspinnen geht mir echt auf den Sack So So Puh Mal ein bisschen Regen Na komm Krabbel hoch Jetzt krabbel dieses Vieh hier nicht hoch ey Das gibt's doch nicht Na komm Schaffst du Komm schon Da droht das noch ne Treppe Ich glaub ich geh Tut mir leid aber das wird mir zu heiß da unten Das wird mir zu heiß da unten Das muss ich ja mal zugeben du Oh es ist ja so dunkel alter ich hasse es Vor allem mit solchen Lichtbugs Nein Jetzt hab ich leider nicht dabei Das heißt ich kann die Bienen nicht abfahren Die Skelette kann mich gleich anschießen Ich erkunde hier grad nochmal so ein bisschen die Ebene Ich glaub den Brunnen hatten wir schonmal oder? Das ist auch wieder nur so ein 0815er Brunnen Ja sieht die ganze Zeit noch aus Quecksilber Zombies Hm Das war's schon Das war's schon Mehr tolles ist hier nicht Find ich aber echt schade muss ich zugeben Guck mal her Ich brauchte nämlich auch wieder Leder Was weiß ich noch Schnauze du scheiß Skelett So So Da nochmal So Die query arbeitet da jetzt leider nicht weil es jetzt dunkel ist War ich in dem nicht vorhin drin Aber wie gesagt wir müssen ja eh von zuhause am besten gucken Ob es funktioniert oder nicht War ich in dem drin Schild da ein Huhn drin Ich krieg zu viel Da schild da ein Huhn drin Na gut aber ich schild grad auch da drauf Das ist auch nicht so das Intelligenteste was man machen kann Ja genau what the heck So Dann gehen wir mal Richtung Heimat Will ich mal sagen Wenn die Quecksilber ist hier am aufbauen Das tut sie nur am Tage Es ist Nacht Also Da können wir sowieso nicht sonderlich viel sehen grad Und ob es funktioniert oder nicht Sehen wir sowieso erst Wenn wir zuhause sind Ja die braucht noch ein bisschen um sich aufzubauen Sie ist halt recht groß Mit hat sie soweit alles abgebaut Das sieht gut aus Aber halt der Rand muss noch kommen Autsch Scheißvieh Na komm doch hinterher wenn du kannst Missteil So Ach das hier ist natürlich ein Scheißvieh allgemein zum langlaufen Opsala Gut weiter nach Hause Wuii 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 Da 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 Ich bin mal gespannt ob da überhaupt mal jemand anderes hier den Weg lang geht Und ob denn das alles zu nervig ist So weit zu schwimmen Und zu laufen vor allem laufen und schwimmen ist ja Ich meine gut man könnte noch mit dem Umweg hinkommen Da muss man nicht schwimmen Aber trotzdem Zieh es an So 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 Irgendwie sonst was Jetzt geht die Sonne schon wieder auf So 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 Mein Haus ist Genau auf der anderen Seite Hier ist Lennards Haus Meins ist also hier Na lauf Das meine ich Aber Beschütze ich den trotzdem noch vor Fallschaden Nö Das meine ich damit die Schuhe sind gar nicht mal so tolle Diese Spreng oder so ist ja schön und gut aber Was bringt es ein wenn man dann Wenn es dann leer ist ob man dann Schaden kriegt das ist so an sich die beste Rüstung vor allem weil sie nicht zerstört werden kann außer man wirft die rohe Rüstung in Lava was ich auch komisch finde wenn man die rohe Rüstung in Lava wirft geht sie kaputt aber sonst nicht die Frage ist was verzauber ich könnte ein Buch verzaubern und hoffen dass ich und hoffen dass ich was Gutes auf dem Buch bekomme wie gesagt der ist ja noch nicht ganz fertig der schon wieder leer natürlich er hat aber gut was produziert das muss ich auch noch mal anders machen damit ich alle mit einem Hebel an und ausmachen kann ich hatte mir überlegt schon mal irgendwie so schon mal schon mal irgendwie schon mal eine Farm anzufangen eigentlich wollte ich eine auf meinem Haus haben aber wir haben gesehen wie knapp es mit meinem Essen auf Dauer wird daher ich sage machen wir hier vorne erstmal eine Farm oder ja komm wir machen vor meinem Haus mit Farm dann holen wir uns aber eine Hure dann holen wir uns aber eine Hure also eine Hure so irgendwie verstehe das so viele falsch hatten wir noch einen oder haben wir sie weggeschmissen das kann nämlich auch sein wir hatten ganz viele Hölzen da das weiß ich doch oh gut Kabel 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 hier komm nimm nimm es nimm mein Geld und lass mich in Frieden so dumm bau bau was weißt du? nein nein nicht die Samen Torch auch nicht den Rest werfe ich da jetzt einfach mal rein der bringt es mir sowieso zum anfang also an einer und dieselbe Position kommen sie dann immer wieder raus ach das gibt Glas egal sooo was wollte ich denn machen genau ich wollte eine Hure machen ne? hab ich gesagt ich habe gesagt ich Hure wollen also du mir Hure machen nein das ist keine Hure das ist eine Hure time to farm lol ja lol ja lol so was zerbrochen wir ach ich setz mich mal kurz gerade hin so was brüchten wir sonst noch? ja wir brüchten Sachen zum anpflanzen ne? da hätte ich ja dann ganz gern Kopfkratz die Kartoffeln die Gerotten die Seeds die Melonen die Melonen Kübisse I don't need I don't need Kübisse so so kann man hier eigentlich ins Ende gehen? ja ne? den Drachen kann man töten ja da da die habe ich grad gesucht So, dann können wir doch mit der Gartenarbeit anfangen. Die Frage ist, wo machen wir es hin? Warte mal. Eins, zwei, drei. Drei. Das will ich hier jetzt mal aufmachen. Oh nein, ne? Sehr blöde Stelle. Da müssen wir jetzt sogar noch Terraforming betreiben. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So, warte. Wenn ich die alle einen weiter zumache, also so, sollte das eigentlich kein Problem sein, weil ich will ja nicht etagenweise Seed anbauen. Das ist ja jetzt auch erstmal nur so eine vorübergehende Lösung, damit wir auf jeden Fall ein Essen zuvor haben und nicht irgendwie irgendwann dastehen und sagen, ja, gut, lasst uns verhungern. Let's hungry. Don't starve, ne? Kennt ihr? Aber hier auf meinem alten Kanal, glaube ich, gemacht. Ich glaube, auf den noch gar nicht. Wollt ihr auch noch machen. So. Aber der Rest ist eigentlich egal. Das ist... Drei Felder... Das heißt, es wird noch bis hierhin machen, aber danach nicht mehr. Naja, egal. Schaf, wenn du mir weiter auf den Sack gehst, hau ich dir voll auf Fresse. So. Das machen wir so. Hopp. Äh, jetzt... Jetzt mach alles. Umflügen. Ich glaube, die eine reichst du gar nicht, oder? Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall später noch... Ne, wir haben... Ähm... Auf... Im ersten Stock machen, würde ich sagen. Das hier ist jetzt nur... No Tradition. Jetzt hab ich ein Problem. So. Denn die Landung im Jetpack ist fast im... Jetzt reicht echt nicht. Ist fast immer, ähm... Dass dann halt der Boden kaputt geht. Ich glaube nicht sogar immer. So. Das heißt, wir müssen daneben landen. Ja, ich hab mir erstmal eine Stein-Hoe gemacht. So. Dann lass doch mal... Ja. Ah, wie sieht's? Kartoffeln, Karotten. So. Hm. Hör auf, nicht im Wassertempel zu fallen. Ich hab grad echt so'n Problem, wie ich die anpflanze. Äh, so-so-so-so-so-so-so-so-denkproblem. Hä-hä-hä. Hier Karotten. Hier noch eine Lane-Karotten. So. Seeds. Mehr Seeds. Noch mehr Seeds. Keine Seeds mehr. Boah, die frisst hier jetzt. So verpiss dich. Wie viel du springst... Auf meinem Feld rum. So. Jetzt die. Okay. Ja, doch kann ich mir lohnen. So, kratzen. Da muss ich jetzt was gucken. Und zwar erstmal... Ich hab unten noch... Schess. Und zwar in dir. So. Hoppsa. So. Dann... Hier hin. Und ich brauche einen Stroh-Golem und den. Aus Weed und ein Core. Wie mach ich denn die Cores? Ich fühl intelligent. Basic Core. Bricks. Und Nitor. Ich hab aber keine Bricks, oder? Ich glaub, ich hab keine Bricks. Ja, ich hab die, aber die kann man nicht wieder zurückformen, oder? So bestimmt nicht. Doch. Ich hab Bricks. So. Nitor. Gloucester. Feuer und Dings brauche ich, ne? Am besten wäre Kohle. Das Problem ist, ich mäßte Waiterman in der Kohle momentan regelmäßig. Ich glaub, Kohle, das gibt nix, oder? Nee. Cool, das gibt leider nix. Da muss ich dann gleich mal schauen, ob ich mal kurz hier irgendwo... Kohle hole. Boah, wie schwarze Wolle hab. Was soll ich damit? Aber das sehen wir jetzt in der nächsten Folge, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah. 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 Vielen Dank.